Musik Kiel ist nicht nur Landeshauptstadt, sondern auch Hochschulstadt mit über 35.000 Studierenden. Besonders groß ist die Christian-Albrechts-Universität mit über 26.000 Studierenden. Der Campus wird gerade für 500 Millionen Euro umgebaut. Aber wir haben hier das Problem, dass die Bürgersteige nach Vorlesungsende hochgeklappt werden und auch außerhalb des Semesters hier wenig passiert. Und hier setzen wir an, zusammen mit der Universität und dem Land planen wir Kiel Science City. Einen ganz neuen Hochschulstadtteil, in dem wir forschen und Lehre, aber auch Wirtschaft, Start-ups, Wohnen und Freizeit viel besser miteinander verbinden wollen. Da wollen wir gemeinsam weitere 500 Millionen Euro Investitionen binden, sodass das Ganze ein Milliardenprojekt ist. Musik Damit wachsen Stadt und Universität noch weiter zusammen. Dort werden auch viele studentische Wohnungen entstehen, wie auch in der ganzen Stadt. Insgesamt 2000 studentische Wohnungen in den nächsten Jahren entstehen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben einen engen Wohnungsmarkt, gerade auch für Studierende. Musik Es gibt viele andere Universitätsstädte, die Ähnliches verwirklicht haben und damit einen richtigen Schub in ihre Stadt bekommen haben. Ich glaube, das schaffen wir auch in Kiel. Und deswegen wäre Kiel Science City eines der Kernprojekte einer zweiten Amtszeitformulierung. Musik 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 Musik